hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 auf der hofbergbahn eine sehr schön guten tag wünsche ich habe mir überlegt ob wir uns nicht wenn ich sowas habe ein wasserschacht in darum platziert der lange dank wasser holt ihr 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020